Hallo, hier ist euer Yolanda James. Ich bin heute im Studio und mache ein Video über die Nähkurse, die ich anbiete. Wie ihr wisst, habe ich seit einigen Jahren die Schnittdesign- und Nähschule. Also das heißt, Yolanda James ist nicht nur Yolanda James. Die Schnittdesign- und Nähschule ist Yolanda James und Yolanda James ist die Schnittdesign- und Nähschule. Ich habe in diesem Video ausführlich über die Kurse berichtet, die ich anbiete. Und ich freue mich, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischauen, auf YouTube, Yolanda James, einfach Yolanda James. Und freue ich mich natürlich auf euren Feedback und gerne meinen Kanal abonnieren. Das Besondere an der Schnittdesign- und Nähschule ist, dass ich mich auf das Thema Schnittkonstruktion spezialisiert habe. In dem Kurs Schnittkonstruktion, das ist der Kurs Nummer 4, lernst du von der Pike auf, deine eigene Schnittmuster zu konstruieren. Mit Schnittmuster ist es so eine Sache. Ich habe gelernt, dass die Schnittmuster für meine Teilnehmer sehr wichtig sind. Als erstes beginnen wir mit Maß nehmen. Dadurch, dass die Maße für die Schnittmustererstellung sehr wichtig ist, nehmen wir das sehr, sehr wichtig. Jeder bearbeitet die Schnittmuster mit seiner individuellen Maße. Also von daher hast du die Möglichkeit für dich individuell deine Mode, deine Kleidungsstücke nach Wünsch zu erstellen. Schnittkonstruktion kann jeder lernen. Wenn du noch nicht mit Schnittmuster gearbeitet hast, empfehle ich den Einführungskurs. Das wäre den Kurs Nummer 4. Solltest du mit Schnittmuster schon ein bisschen experimentiert habe, empfehle ich entweder der Schnittanpassungskurs oder der Schnittkonstruktion für Fortgeschritten. Da gehen wir natürlich in die aufwendigere Schnitte. Mittlerweile biete ich bzw. die Schnittdesign und Nähschule Hamburg mehrere Kurse. Das heißt, ich habe mich über die Jahre ein bisschen einstudiert, was meine Teilnehmerin so benötigt und habe dafür auch individuelle Kurse auf deren Wünsche angepasst. Zum Beispiel Schnittkonstruktion nur Hose und Röcke. Das ist ein Woknender. Da bearbeiten wir Hosen, erstellen auch einen Grundschnitt für Hosen und Röcke. So. Denn Schnittkonstruktion, Jacken und Mäntel. Wie es sagt, wir erstellen zuerst einen Grundschnitt, bearbeiten wir an diesem Grundschnitt, erstellen wir unterschiedliche Modelle. Alles individuell für jeden Bedarf. Schnittanpassung ist auch ein sehr beliebtes Thema. In diesem Kurs Schnittanpassung werden wir auf jede individuelle Wünsche eingehen. Zum Beispiel, wie kann ich meinen Ausschnitt verändern? Wie mache ich ein Ärmel größer oder kleiner? Ganz beliebt bei den Teilnehmern, den Ärmel anpassen. Das ist ein ewiges Thema, mit dem wir uns immer beschäftigen. So. Wie kann ich denn, wenn ich zum Beispiel größere Busen habe oder vielleicht ein bisschen mehr Bauch oder vielleicht ein bisschen was an den Hüften. Wie kann ich das überhaupt alles individualisieren? Und das machen wir in dem Kurs Schnittanpassung an einem Wochenende. So. Ja. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, wann findet die Kurse statt? Wenn ich zum Beispiel berufstätig bin, kann ich so einen Kurs besuchen? Ja. Regulären Kurse, also alle Kurse haben wir in der Woche, also an Wochentag. Aber es findet eigentlich fast alle Kurse auch an einem Wochenende. Falls du individuelle Wünsche hast, kannst du einen Einzelkurs bei mir buchen. Du kannst auch Einzelstunde bei mir buchen. Fast alle Kurse der Schnittdesign und Nähschüler sind als Einzelkurse buchbar. Okay. Ja. Vielen Dank.